Einfach, dass wir auch wirklich genug Strom haben. Auch perspektivisch. Mit dem Panzer machen da wieder irgendwelche Perkeleien in der Werkstatt. So, dann kümmern wir uns mal um weitere Einheiten. Machen wir erstmal... Zack, zack, zack. Wollen wir auch mal mit dem Mantel des Schweigens arbeiten. Ich weiß nicht, ich hätte da gerade irgendwie Bock drauf, weil wir hier so unfassbar viel Kohle rumliegen haben in Form von Tiberium. Mal kurz wegen dem Missionsziel. Lassen Sie nicht, dass Sie überrennen. Okay. Gut. Ich wollte nur sicher hier nicht, dass ich noch irgendwas einnehmen muss, was ich jetzt nicht auf dem Schirm habe oder so. Wird gebaut. Jawohl, zack. Verstärkungen sind eingetroffen. Wenn ich das aus Leichtsinn heraus vergesse, würde mich das ziemlich foppen. Jawohl, zack. Recher auf. Jawohl, zack. Recher auf. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zack. Verstärkungen sind eingetroffen. So, und schon mal eine kleine Nachricht, falls mein Arbeitskollege Benni diese Folge guckt. Ja, ich werde hier eine Armee biblischen Ausmaßes aufbauen. Das ist mir egal, auch wenn es ein bisschen dauert. Verstärkungen sind eingetroffen. Habe ich einfach Bock drauf. Einmal weil wir hier so dermaßen viel Geld haben. Jawohl, zack. Konstruktion fertig. Jawohl, zack. Wird gebaut. Jawohl, zack. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Die Mantel des Stanges lassen wir weg, aber dafür machen wir ein paar Fackeln der Erleuchtung. Konstruktion fertig. Recher auf. Wird gebaut. Jawohl, zack. Verstärkungen sind eingetroffen. Nuklear war viel verfügbar. Oh, ist schön, dann probieren wir die doch gleich mal aus. Zum Beispiel da. Nuklearspringkopf abgefeuert. Mal schauen, ob die den Turm platt kriegt. Nuklearspringkopf im Atem. Wanns? Ui, nicht nur den Turm, der hat ja alles platt gemacht. Sehr geil. Recher auf. I like. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Recher auf. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Ja, du darfst es tatsächlich zurückbringen. Es sei dir gestattet. Wird gebaut. Wird gebaut. Jawohl, zack. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. So, ihr sammelt euch schon mal da unten. Jawohl, zack. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Oh, sehr schön. Und dann kriegen wir unsere Türmchen ein bisschen was zu tun. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Bestätigt. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, zack. Konstruktion fertig. Bestätigt. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Oha. Jawohl, zack. Jawohl, zack. Komm, hauen wir einfach schon mal drauf. Ja, genau. Fuß einfach mal da so durch. Bestätigt. Bestätigt. So, ja, die Artillerie habe ich jetzt ein bisschen hier vernachlässigt, ganz geringfügig, genauso wie unsere Fackeln der Erleuchtung. Jawohl, Zalm! Jawohl, Zalm! Bestätigt. Jawohl, Zalm! Jawohl, Zalm! Konstruktion faktisch. Jawohl, Zalm! Jawohl, Zalm! Bestätigt! Jawohl, Zalm! 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 Mein Gott. Bestätigt! Die Wegfindung ist hier mal wieder unser größter Feind. Jawohl, Jawohl! Jawohl, Zalm! Jawohl, Zalm! Jawohl, Zalm!诉!! So, komm, ihr fahrt jetzt mal ganz gemütlich hier rüber. Ihr fangt mal an, da die Waffenfabrik zu grillen. Oh, hab ich nur noch euch zwei? Ach, der Limmel baut da ja wieder auf. Ja, Mensch. So, dann grillen wir auch mal den Bau hoch. Ihr grillt schon mal da das Türmchen. Hm, so langsam fange ich an, gefallen an den Flammentypies hier zu finden. Ihr grillt hier mal zu Ende. Ihr kommt hier mal dazu und helft. So, hier machen wir nur noch ein bisschen Grill-Party. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Konstruktion, fertig. Wird gebaut. In Ordnung. Jawohl, zahl. Warum hat er eigentlich hier so drei Milliarden Ingenieure oben stehen? Dann checke ich irgendwie nicht. Jawohl, zahl. Konstruktion, fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. So, dann macht er da noch. Jawohl, zahl. Fertig, schicht in den Schacht. Konstruktion, fertig. Jawohl, zahl. Verstärkungen sind eingetroffen. Bestätigt. Jawohl, zahl. Konstruktion, fertig. Bestätigt. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. So, dann seid doch mal so gut. In Ordnung. Konstruktion, in Ordnung. Und schieß doch mal bitte in der Räder zu klumpen. Jawohl, zahl. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Ach, was hat er denn da stehen? Berecher auf. Konstruktion, fertig. Könnt ihr angreifen? Nee, leider nicht. Obwohl, warte mal. Verstärkungen sind eingetroffen. Hm, nee. Klappt nicht so richtig. Konstruktion, fertig. In Ordnung. Schaddi, schaddi. Jawohl, zahl. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zahl. Konstruktion, fertig. Gut, locken wir mal alles von ihm raus, indem wir seinen... Jawohl, zahl. Klein... Ach, jetzt bleibt er da wieder eine Wachenturkung. Mist, der hat noch irgendwo anders anscheinend... Jawohl, zahl. Das heißt anscheinend, offensichtlich hat er noch woanders einen Bauhof. Und zwar hier oben wahrscheinlich. In Ordnung. Ach komm, schieß doch einfach die Wand zu klumpen. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. In Ordnung. Jawohl, zahl. Bestätigt. Jawohl, zahl. Bestätigt. Bestätigt. Komm, grillt den doch mal zünftig. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. In Ordnung. Jawohl, zahl. Bestätigt. Jawohl, zahl. So, komm, ich denke mir jetzt einfach... Jawohl, zahl. ...weil aufs Micromanagement. Wir haben so dermaßen viele Einheiten. Wir packen jetzt alles einfach in die Gruppe 1. Bestätigt. Einheit verloren. Du bist doch unsere Flammen-Typisch. Die musst du doch hinter uns aufräumen. Jawohl, zahl. In Ordnung. Bestätigt. Einheit verloren. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. In Ordnung. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl. Verstärkungen sind eingetroffen. Mir fehlt hier bei dem Spiel echt so ein bisschen dieser Angriffsbefehl. Dieses, ich klicke irgendwo hin und alles auf dem Weg dahin wird angegriffen. Das fehlt mir leider echt ein wenig. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Konstruktion fertig. Jawohl, zahl. Wird gebaut. Jawohl, zahl. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. In Ordnung. So. Haben wir gleich hoffentlich alles fertig. Jawohl, zahl. Breche auf. Bestätigt. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl. So, da brauchst du gar nicht erst anfangen zu reparieren. Ach, da hab ich einen vergessen. Jawohl, zahl. Da tut mir aber leid. Das wollte ich nicht. Jawohl, zahl. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, zahl. Bestätigt. Konstruktion fertig. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Bestätigt. Jawohl, zahl. So, schieß da erstmal hier ein bisschen den Weg frei. Jawohl, zahl. In Ordnung. Jawohl, zahl. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, zahl. Bestätigt. Warum hab ich eigentlich keinen Nuklear... Ich hatte nur einen Nuklearschlag? Das ist ja doof. Müsste ich jetzt einen weiteren Tempel bauen? Das würde ich jetzt mal ganz gerne eruieren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Deswegen, äh... Die Zeit geht mir bitte noch, weil, äh... Jawohl, zahl. Das wüsste ich tatsächlich sehr gerne. Breche auf. Breche auf. Ob wir mit dem zweiten Tempel eine neue Atomrakete kriegen. Breche auf. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl. Verstärkungen sind eingetroffen. Geldmittel unzureichend. Jawohl, zahl. Breche auf. Ob ihr da rüberschießen könnt? Wahrscheinlich nicht, ne? Jawohl, zahl. Bestätigt. Jetzt geht mir doch tatsächlich das Geld aus. Okay, dann verzichten wir mal hier auf die Lerys, weil... Jawohl, zahl. Ich muss es ja nicht noch mehr in die Länge ziehen. Jawohl, zahl. Bestätigt. So, ich mach mir auch mal platt. Ne. Keine weitere Atomrakete. Gut, damit hätten wir das geklärt. Jawohl, zahl. So, dann sehen wir vielleicht auch jetzt endlich mal an den Mantel des Schweigens in Aktion. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Einsatzziel. Sehr schön. Wunderbar, damit hätten wir auch diese Mission geschafft. Sehr ineffizient, aber ich hab ja ohnehin auf ein paar mehr Trüppchen gewartet. Das wollte ich ja, hatte ich ja so angekündigt. Naja, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Sikowski. Deine Erfolge haben uns hierher gebracht, mein Freund. Der Tempel ist vollendet und wir sind bereit für unseren größten Feldzug. Entspanne dich erst mal und sieh zu, wie meine Netrunner tanzen durchs Netz des Cyberspace. Von dort drinnen beherrsche ich die Welt. Fangt an! Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen in der orbitalen Verteidigungsmatrix der globalen Defensiv-Initiative. Die Welt. Mein Freund, überlasse ich dir. Der Kommandeur der GDI-Streitkräfte, General Mark Shepard, sagte heute früh in Begleitung von US-Generalbundesanwältin Nancy Griffiths vor einem Anhörungsausschuss des Senats aus. Shepard, einst der Sunnyboy auf dem Parkett der internationalen Diplomatie, schrumpfte unter den Fragen der aufgebrachten Senatoren sichtbar zusammen, die immer wieder Erklärungen für die Vernichtung des historischen Bauwerks forderten. Zerstört wurde aber auch der Glaube an so etwas wie Sicherheit im Zeitalter der modernen Hightech-Kriegsführung. Shepard bot zu seiner Verteidigung weder Entschuldigung noch eine Erklärung. Ja, ihr Lieben, ich musste gerade, ich hatte die Aufnahme eigentlich nach meiner Abmoderation quasi auslaufen lassen, aber das Blöde war dann, dann habe ich gesehen, das war doch schon die letzte Mission, hatte ich nicht auf dem Schirm, ich dachte, das wäre wie bei der GDI mit 15 Missionen, aber gut, jetzt sind wir somit ein bisschen schneller durch. Ihr Lieben, am Ende kommt wie immer ein kleines Fazit von mir, ich hatte Spaß, aber, ich muss wirklich ein ganz großes Aber sagen, die Wegfindung ging mir so dermaßen auf den Senkel, ich habe mich oft genug sehr, sehr aufgeregt, habe den mitbekommen, ja, und das hat es echt anstrengend gemacht, also, hat mich ein bisschen gefoppt, nichtsdestotrotz fand ich es ein gutes Remastered und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei bei meinen anderen Let's Plays, ob ich den zweiten Teil, also Red a lot Remastered noch mache oder hier ein Add-on, weiß ich noch nicht, vielleicht wird sich zeigen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, ich lasse euch jetzt mit dem Abspann alleine und wir sehen uns bei meinen anderen Let's Plays, bis dahin, tschüss Sikowski! Bis zum nächsten Mal bei Nam June! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.